Ja, am Ende doch sehr deutlich gewonnen, muss ich sagen, souveränes Spiel, wovon wir es hinten. Trotzdem, ja, turbulentes Spiel, viele, viele Zeitstrafen für uns. Manchmal auch fraglich, muss ich sagen. Gut, Series kann man sich aussuchen. Und dadurch halt reduzieren viele Siemeter, die machen sie halt rein. Gut, am Ende doch eher positiv für uns, durchweg gut gespielt, viele Unterzahlsituationen für uns, die wir dann auch trotzdem gut gelöst haben, hinten wie vorne. Daher muss ich sagen, erfolgreicher Tag und ja, Grüße an Sehende. Wir sehen uns nächste Saison. Dankeschön. Ja, wir haben das Spiel heute verdient, auch in der Höhe gewonnen, denke ich. Es war relativ kompliziert, da wir viele Zeitstrafen bekommen haben. Aber ich denke, wir haben uns revanchiert für die Hinspiel-Niederlage und können jetzt zufrieden ins Wochenende gehen.